boah schon liebe leute und damit eine herzlich willkommen zu pokémon feuerrote edition warum bin ich so hyperaktiv warum bin ich so gehypt auf dieser folge weil ich das spiel gerandomized habe und somit können wir alle pokémon fangen und ich habe noch ein paar weitere einstellungen paar weitere gimmicks hinzugefügt deshalb sind wir jetzt wieder hier leider wurde das spiel stand zurückgesetzt dadurch das heißt das spiel ist zwar gerandomized aber dafür musste ich leider den spielstand zurücksetzen auf null ich musste von vorne anfangen aber ich habe schon die zwei pokémon gesehen die auf route 1 auftauchen und das sind einerseits guter lander und des futter sag ich nicht nein also putter lander schon gleich zu beginn das ist schon krass ich habe noch eine weitere einstellung vollzogen und zwar alle pokémon können jegliche vm und tm lernen und alle namen sind klein geschrieben also groß und kleinschreibung und somit ist es dann ein bisschen angenehmer wenn ich ja der part gibt es 40 das ist dann ein bisschen angenehmer wenn ich ja die namen dort lese also wenn man die da ließ ist das angenehmer wenn man alles in groß und klein schreibung aber tut mir leid ich bin erkältet deshalb oha roselia ihr seht es oben links schon meine facecam ist auch kleiner geworden ganz viele änderungen in diesem tag nicht nur dass ich todkrank bin nein ich bin nicht todkrank aber mir geht es nicht so gut ich bin extrem verschnupft wie man vielleicht hört klingt schon mal gut ich hoffe ich habe alles richtig gemacht und jetzt passierte kein fail roselia ist weiblich das hat sich das gehört sich auch so der bildschirm ist groß ich weiß nicht wo das problem beim letzten part lag das heißt ihr habt jetzt auch vollbild das ist sehr gut und nicht die der hässlichen komischen schwarzen rahmen drumherum roselia wurde eine attacke pokédex angelegt ich bin richtig gehypt wie man vielleicht auch natürlich wird hier wieder mit einem gaming controller gezockt roselia wird benannt nach laura ich habe gesagt dass ich alle freunde von mir nach pokémon bin werde ich habe mehrere lauras deshalb wird der name laura wahrscheinlich häufiger vorkommen das ist sehr uncool mit dem dass ich krank bin aber vielleicht ist diese dieses ist ja massig war brutal an da ja boah bedroher von brutalander vermindert angriff ich weiß nicht wie sich feuer gegen drache verhält brutalander ist ja drache ja gut es ist ineffektiv ist schon mal scheiße ich wurde übrigens fast von meinem rivalen auseinander genommen das heißt ja schon mal sehr sehr schön auf jeden fall muss ich sagen der anfang lief sehr gut so und jetzt wird es langsam ein bisschen eng so ich trau mich nicht weiter ihn zu schwächen vor allem nicht mit glute anzugreifen weil es könnte ja passieren dass ich ein critical hitler so ein guter lander damit töte und somit 1 2 3 gott ja brutalander wurde gefangen habe ich schon mal extrem starkes pokémon zu beginnen zu beginnen zu beginnen vor allem zu beginnen brutalander kriegt natürlich auch einnahmen und zwar ein david immer wahrscheinlich nicht so häufig hört ich hoffe dass jetzt hier meine freunde mir nicht einen rein würden weil dann müsste ich wenn ich in der bandier bin alle pokémon um denn und das wird zu dem zeitpunkt extremst lange dauern die soll da ich ja keine nachnamen benutzen aus datenschutz geht es auch nicht in ordnung trainer pokémon sind nicht gewendet meist das habe ich ausgeschaltet und vielleicht spielen ja auch pokémon blattgrün als eine randomizer und nasselock challenge das wird für euch bestimmt sehr interessant vor allem ich als der pokémon profi wir sind übrigens wieder da wo wir im letzten part waren ich habe hierher gespielt wieder soweit dass wir nicht den kompletten anfangen und die irgendwie keine 70 minuten folge habt wir haben noch 15 minuten ich habe ja ganz vergessen dass ich gesagt habe dass ich das ganze 20 minuten machen werde natürlich werde ich alle pokémon jetzt auf level 8 angleichen somit übrigens wenn wir die topo trete haben werdet ihr eine weitere deutlich deutliche verbesserung was leider erst in der vierten generation eigentlich ist in diamant perl und platin ich bin korasson geil los brutal an da ich komme darauf überhaupt nicht klar gerade irgendwie ihr könnt mir aber sagen dass ihr von den änderungen haltet korasson schreck zurück das ist gut trotz vermindelter angriff ein volltreffer der trotzdem 5 kb absieht krass 123 alle anderen die sich jetzt benachteiligt fühlen weil sie ihn nicht mehr im pokémon dabei sind natürlich ich hoffe dass nicht nur höhen pokémon jetzt auftauchen von korasson ist ja schon in joto joto pokémon äh es ist weiblich das heißt ich werde es äh ja pff 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 ich ja alle pokémon fangen dass wir irgendwie ein bisschen name oder ich bin übelst verstummt ich habe euch ja eigentlich das spät neben mir stehen das heißt jetzt zu schlimm wird dann gebe ich immer ein bisschen was also ich weiß nicht wie es im video rüberkommt ich hoffe ich töte ihn jetzt nicht boah da kann nur heulen auf level 3 ist das ernst ey leute wir haben was und wie senkte gerade mein physischer an der felix ist gerade irgendwie sehr uncool 123 auch trago so aber hatte ja schon mal so probleme trago zu fangen pokémon mit lavandia ja ist noch nicht eine belle menschmann dankeschön greife ich speziell an warum auch immer bis speziell ist aber boah geil so egal jetzt kann ich ja sowieso hier hierbleiben auch kommen kommt sollte das ist doch nicht euer ernst ich wollte mit euch übrigens in diesem part auch mal über die geschehen ist hinter letzten woche sprechen weil ich habe nämlich erfahren dass in offenbach is anhänger gemeint haben sie müssen scheiße bauen obwohl der is ja sowieso scheiße ist aber gut das wissen wir alle so es geht darum dass in offenbar is anhänger ein bisschen bis sie sprengstoff vorbereitet haben und sich waffen aus dem internet besorgt haben und da denke ich mir so okay alles klar jetzt haben wir den is schon in deutschland übrigens ein moment bitte ich muss sie ganz kurz die nase putzen leute glaubt mir ihr wollt keine details haben fragt gar nicht erst danach aber es geht langsam wieder ich weiß nicht ob man das an der stimme hört ich wusste es ja alle meine pokémon eingleichen also wir sehen uns dann wieder wenn ich das ganze gemacht habe also kurzer schnitt wir sehen uns wieder wenn alle pokémon auf level 8 sind so meine damen und herren da bin ich wieder wie ihr seht ich habe alle pokémon auf level 7 angeglichen glumanda brutalanda und roselia chorazonten habe ich einfach mal auf level 2 gelassen und was man hier nicht alles trifft mir ist eben noch ein latios begegnet sehr schön also es fängt schon mal gut an der part also um noch mal das thema zu sprechen zu kommen so also ich hatte angefangen über das thema is und ganz ehrlich ich kann nicht verstehen wie sowas passiert dass solche leute nach deutschland kommen also ganz ehrlich ich würde die die person sind in den knast gewandert ne und die person sind nicht deutsche abstammung also ich glaube zwei waren deutsch mazedonisch und einer deutsch türkisch ich würde hier einfach abschieben diese leute einfach raus aus deutschland weg mit denen können wir nicht gebrauchen dass das jetzt hier genauso anfängt wie syrien ich bin der erste der weg ist ganz ehrlich das kann ich nicht gebrauchen und der erste gegner ist glaube ich übrigens haupt sie ich muss mal ganz kurz meinen timer noch mal stellen auf 12 minuten machen wir jetzt noch der part geht dann ein bisschen länger als 20 minuten aber ich glaube dass der zeit im erweist gibt so viele änderungen hier also das ist ja hier unglaublich dieser part ist wahnsinnig ich habe mich mal getraut ein bisschen was zu machen aber ziemlich viel geld verschleudert hat noch 600 pokodollar weil teil weiter hatten wir auch voltilamm nämlich als ziemlich auch paralysiert hat das ging halt bis auf die eier so los ab zu lassen los ab zu lafg das ist nicht gut auch ja kommen die geht die scheiße daneben oder was aber verbrennen jedoch wenigstens gott kürte gesillt und das war's stehen auch noch heilen hätte vielleicht doch auf level 8 bringen sollen ok jawohl jetzt haben wir aber level 8 level 8 oha schicke da wechseln wir auf roselia pflanzen pokémon mein rivale denkt sich jetzt auch so what the fuck was mit dem los der hat pokémon aus höhen dritte generation aber gut ha 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 und was ich noch ansprechen leute ist dass ich eine super tolle kollegin auf der arbeit habe die das vorbild unserer gesellschaft ist also diese ich kann mir vorstellen dass diese arbeitskollegin von mir ist es zu etwas ganz großem irgendwann bringen wird und zwar hatte sie wir hatten uns mal über kinder unterhalten ich finde kinder sind einfach ganz toll ich finde kinder mega süß und total knuffig und super geil und super geil kinder einfach klasse ich liebe kinder und da wir uns halt über kinder unterhalten und da hat es eine hatte gemeint dass sie keine kinder haben möchte weil ihr die verantwortung zu groß ist und sie meint dass sie damit nicht klar kommt und da habe ich ja so gedacht ja cool das ist ein grund sich keine kinder anzuschaffen und alles super gut und schön und dann hat da eine andere arbeitskollegin gemeint dass sie keine kinder haben möchte und wenn sie welche hat dann würde sie diese kinder tot schlagen weil das wäre ihre erziehungs methode wo ich mir denke wo ich einfach nur so denke was bist du denn für ein arschloch ganz ehrlich was bist du für ein dreckiger mensch dass du kinder alleine einfach nur kinder schlagen finde ich ja schon abnormal und bar und menschen verachten das finde ich ja schon schlimm und dann auch noch kinder totschlagen also da ist bei mir ganz vorbei kollegin wenn du das video sehen solltest das denke über dich das halte ich von dir könnte gerade eine charakter 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 aus outlast sein diese kollegin und ihr wisst wie krank outlast ist hat wahrscheinlich von dr träger irgendwas gelernt oder war das träger ja doch das war doch träger dieser unglaublich kranker arzt aus outlast 1 oder eddie glaskin aus outlast whistleblower dlc ja ich habe outlast geschaut bei domtendo und bei corrupted und ich finde beide beide youtuber haben das super geil gemacht props an beide youtubers super gut gespielt unglaublich unterhaltend und ja und ich habe outlast 1 natürlich auch bei meinen lieblings horror youtuber wir heißen die noch mal game tube horror so das spiele ich euch mal ganz kurz vor euchs video ist mal ganz kurz ein bisschen das hier ist nämlich einfach so leben und der typ macht alles falsch was er falsch machen kann so er hat uns den der kanal gegeben den wir nicht brauchen so ich bin doch gescheit welche pokémon uns hier erwartet auf route 2 es können ja alle sein aus generation 1 2 und 3 privat spiele ich zurzeit sehr häufig pokémon diamant glaube ich oh geil hydropi der starter aus pokémon rubin saphir und smaragd unglaublich süßes pokémon ich bin auch ein unglaublicher fan von zupac das ist ja nämlich die endform droppi mor abel und zum packs ist das scheiße dass wir hier kein keine pokémon haben weil ich die alle verschleudert habe für tragosso der nicht drin geblieben ist der wichser aber gut betan ja wald ach ja ich muss übrigens die karte wieder aufs telekt legen das habe ich ja nicht gemacht so wer ist welches gegengift neben aber gesagt wird kein geld habe ich kann euch auch verweisen 824 pokodollar übrigens wie gesagt trainer pokémon sind nicht gerendomized da hatte ich kein bock zu ich wollte nur dass wir alle pokémon fangen können aus höhen aus joto und aus kanto trainer pokémon sind wie gesagt gleich smog on brauche ich aber nicht zum jetzigen zeitpunkt deshalb kriegst du jetzt gleich erstmal die gloed gift wolke geht zum glück daneben hat auch glaube ich nur eine treffer genauigkeit von 70 oder so oder 80 übrigens wenn ich von tobetretern spreche und von der vierten generation was da anders ist wisst ihr glaube ich was ich gemacht habe aber ich spoiler nicht lasse ich überraschen wenn wir rocko besiegt haben genau wenn wir youtube besiegt haben alles klar wenn wir youtube besiegt haben ich glaube ich doch wenn es geht ich hoffe es ist willig 1 2 3 4 ich finde smog on ist ziemlich giftnudel und dieser name passt einfach zu einer giftnudel ich hoffe nicht dass ich jetzt alle michelles angegriffen fühlen aber ich meine damit eine ganz bestimmte michelle und zwar eine wohngruppen kollegin mit der ich zusammen mit einer wohngruppe gewohnt habe wo werde ich nicht sagen aus datenschutz aber aber gleich ist tut mir leid hat gerade aufgestoßen da habe ich gleich das nächste brutter lander und dies auf level 4 kann aber nicht viel mehr als meins vier minuten drei minuten gibt dieser part noch oha oh gott oh gott das gefährlich krank oh nein da bitte kein krit danke kritical hit ist das letzte was wir doch brauchen kann ok rad 3 ist nicht so stark und somit ist brutalanda tot und wir auf level 10 glaube ich oder reicht das ja ich glaube gegen die ganzen pokémon geben wir hier mit brutalanda vor und gegen die ganzen käfer pokémon der trainer gehen wir mit glumanda vor und mit der glute ob war also jetzt willst du vertan ja bald aber wissen granbul was übelst hässlich aussieht übelst schwule farbe erst was jetzt gegenseitig senken super ich habe übrigens herausgefunden dass er und nicht doch physisch ist weil vorhin wurde ich wird bis paralysiert so das heißt und ich kann schon mal nicht speziell sein in jeder generation so das heißt und die teamplanung die ich hatte sind jetzt komplett andere brutalanda gehört natürlich ins team ich glaube ihr würdet mir auch den arsch aufreißen wenn ich brutalanda nicht mit ins team rein nehmen würde wenn ihr euch einfach so denken wurde dort was mit dem los da wir kein guter lander haben doch will ich das kenne ich jetzt nicht nicht dass das jetzt aus anderen generation noch ist aber das kann eigentlich gar nicht sein weil okay es kann gar nicht sein weil es eigentlich nur pokémon aus der dings generation geben kann ich glaube ich mache übrigens den cliffhanger weil ich sehe die folge ist vorbei ähm und deshalb würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge pokémon feuerrot dann sehen wir uns am sonntag wieder und ich war ganz kurz ein cliffhanger für euch weil ich so ein unglaublich gemeiner youtuber bin so meine freunde wir sehen uns in der nächsten folge von pokémon feuerrote edition lasst einen daumen nach oben da wenn euch die folge gefallen hat schreibt einen kommentar unter dem video wie ihr das mit dem randomizen findet dass ich jetzt hier so ein paar sachen verbessert habe oder gerandomized habe ähm ja abonniere meinen kanal falls das noch nicht getan hat ansonsten würde ich sagen seht ihr jetzt rechts die letzte folge von five nuts erfeit äh von pokémon feuerrot die erste folge eingeblendet und ähm links seht ihr irgendein video eingeblendet wir sehen uns tschüss äh